Hallo ihr Lieben, ich begrüße alle Fischegeborenen und Fische-Aszendenten zu eurem Monatsorakel. Ja, wir schauen uns hier die allgemeine Monatstendenz an und wir schauen uns an, welches Thema sich zeigen könnte im August. Und dazu arbeite ich heute wieder mit dem Matera-Orakel und abschließend habe ich euch eine Botschaft aus dem Kartendeck der aufgestiegenen Meister gezogen. Ja, schauen wir uns mal das Hauptthema an und hier geht es um Freude, Geschenke und Überraschungen, Streit, Konflikte, Auseinandersetzungen, Liebe, Leidenschaft, Anziehungskraft, Ortswechsel, Ausland und Erwartungen, Schutz, Spiritualität und Vertrauen, Neubeginn, Sensibilität und Attraktivität, Verdienste, Pflichterfüllung und Resultate, Klarheit, Stabilität und Aufrichtigkeit. Und dann haben wir noch die Freundschaft, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft. So, das Hauptthema ist ja das Thema in der Mitte und da geht es um Freude, Überraschungen und Geschenke. Wir haben das Thema, jetzt rücke ich da mal rauf, damit ihr die unteren Karten auch sehen könnt, haben wir das Liebesthema. Das heißt, wir können schon mal sagen, das Hauptthema ist, es geht hier um die Liebe, weil in diesem Kartendeck natürlich auch Berufskarten sind und Finanzkarten, Familienkarten und wie gesagt, haben wir hier erstes Mal auch noch die Freundschaft. Ja, es geht um Freundschaft und um die Liebe. Und da kann es zu Auseinandersetzungen, zu einem Streit kommen. Jetzt entweder mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner oder aber auch mit Freunden. In oder bei diesem Streit, bei diesen Auseinandersetzungen hast du oder habt ihr, also die Beteiligten an diesem Streit, den Schutz von der geistigen Welt. Da werdet ihr auch geführt sozusagen und ihr sollt auch hier drauf vertrauen. Wir haben hier daneben auch noch den Neubeginn. Das heißt, wenn es zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen in der Liebe oder mit Freunden kommt, wird es so sein, dass ihr darauf vertrauen solltet, dass hier ein Neubeginn stattfinden wird und auch die Klarheit. Klarheit, denn unterhalb haben wir die Klarheit. Das heißt, dieser Streit, diese Auseinandersetzung scheint auch nicht von langer Dauer zu sein. Ihr werdet aufgefordert, hier auch hilfsbereit dem anderen gegenüber zu treten, egal ob man hier jetzt im Streit ist oder nicht. Dass man hier einfach auch freundlich, auch wenn es schwierig ist, im Streit miteinander umgeht und dass man auch jetzt mal Meinungen des anderen akzeptiert. Denn hier haben wir auch die Akzeptanz. Wenn euch das gelingt, kommt es zu einem Neuanfang. Wir haben hier auch noch den Ortswechsel. Das heißt, vielleicht werdet ihr dann kurzfristig auch auseinandergehen in dem Sinne, indem ihr sagt, okay, machen wir mal kurzzeitig eine Pause, um über die Sache nachzudenken. Das kann jetzt der Ortswechsel bedeuten. Der Ortswechsel kann aber natürlich auch tatsächlich eine kurze Reise sein, um hier wieder einen klaren Kopf zu bekommen in dieser Situation. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es, weil ich hier ja, der Ortswechsel sagt ja auch die Reise aus, dass du vielleicht, wenn du jetzt mit deinem Partner in den Urlaub fährst, ja, dass es hier mal zu einem kleinen Streit kommt. Auch im Urlaub kann man streiten, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder eine weitere Möglichkeit ist, dass, wenn du jetzt mit deinem Partner zum Beispiel, ja, gestritten hast, dass hier eine Überraschung auf dich zukommt, indem dein Partner jetzt zum Beispiel zu dir sagt oder vielleicht auch du, ja, dass du hier diesen Vorschlag machst, ach, lass uns einen Kurztrip machen, vergessen wir das Ganze und, ja, raus aus unserem Alltag und machen wir einen Neubeginn. Ja, dass das auch ein Kurztrip auch gemeint ist. Ist natürlich auch möglich und dass das natürlich dann Freude und eine Überraschung ist. Entweder schlägst du das vor oder dein Partner, ja. Mit Wunschpartnern kann man das auch sagen, ja. Heißt jetzt nicht, dass du mit deinem Wunschpartner hier in den Urlaub fährst. Ist natürlich möglich. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dir hier kurzzeitig eine Auszeit nimmst, um eben über diesen Streit, über diese Konflikte nachzudenken. Ja, und da haben wir eben die Klarheit. Das heißt, die Klarheit in dieser Situation kommt sowieso rein. Es kommt auch ein Neubeginn rein. Man soll hier auch darauf vertrauen, ja. Dann haben wir noch die Verdienste, die Pflichterfüllung, die Resultate. Resultate. Das bedeutet natürlich, ja, wenn man hier versucht, diesen Streit zu bereinigen, ja, bekommt man natürlich ein Resultat. Nämlich die Klarheit. Das würde ich jetzt so sehen, wenn ich mir hier dieses Neunerblatt ansehe. Also entweder kommt es jetzt mit deinem Partner oder mit deinem Wunschpartner zu einem Streit. Vielleicht war dieser Streit schon und es kommt zu einer Versöhnung im August. Oder es kommt auch, oder war bei dir so, dass du mit Freunden Konflikte hattest, wo das Thema Liebe natürlich nicht unberücksichtigt bleiben soll. Dass zum Beispiel du mit Freunden eben zum Beispiel diskutiert hast, weil eine Freundin zum Beispiel zu dir sagt, ach, dein neuer Liebhaber, der ist so gar nichts für dich, ja. Da hört man ja immer wieder auch diese Ratschläge. Das kann es natürlich auch sein, ja. Es kann beides irgendwie miteinander zu tun haben, Liebe und Freundschaft oder eben eines der beiden. Oder vielleicht auch gar nichts, wenn dieses Orakel nicht für dich bestimmt ist. Kernaussage des Ganzen ist, egal um welche Auseinandersetzung es sich handelt, man soll darauf vertrauen, dass hier eine positive Überraschung auf dich zukommt, dass die Klarheit kommt, dass natürlich dann, wenn du darauf vertraust, dass du natürlich das Resultat der Klarheit bekommst. Das ist ja dann das Resultat der Sache, ja, wenn man eben einen Konflikt bereinigt. Und wie gesagt, vielleicht tut dir ein Ortswechsel auch gut, um einfach hier über diese Sache klar nachzudenken, einen kühlen Kopf auch zu bewahren. Und wie gesagt, wenn es einen Streit, eine Auseinandersetzung gibt, haben wir hier den Neubeginn. Und dass dieser Streit nicht von langer Dauer sein wird. Ja, Konflikte gibt es immer wieder im Leben und das scheint halt einfach jetzt auch einen Konflikt zu geben, wo hier die Möglichkeit besteht, das wirklich aus der Welt zu schaffen. Ist natürlich auch sehr, sehr schön, so eine Botschaft. Apropos Botschaft, schauen wir uns die aufgestiegenen Meister an, was die dazu zu sagen haben. Und hier haben wir die Zwillingsflamme. Es ist ein allgemeines Orakel. Es kann also wirklich sein, Zwillingsflamme, das ist ja das Kartendeck von Doren Virtue, Amerikanerin. Und die kennen Dualseelen nicht. Ja, die sagen zu Dualseelen Zwillingsflamme. Für mich ist aber Zwillingsflamme und Dualseele nicht dasselbe. Denn das sagt ja auch schon das Wort. Zwilling, man ist sich sehr, sehr ähnlich. Dual ist das Gegenteil. Ja, schwarz und weiß. Wir leben nun mal in einer, in der Dualität. Und es kann hier wirklich deine Zwillingsflamme, dein Seelenpartner, deine Dualseele damit gemeint sein, dass du hier damit Auseinandersetzungen haben wirst, einen Streit. Oder es geht um dieses Thema. Ja, zum Beispiel eine Freundin klagt den ganzen Tag, wie schlecht es ihr geht mit der Zwillingsflamme. Und dann sagst du als gute Freundin, wir haben ja hier die Freundschaft auch liegen, ach schön langsam nervt mich dieses Thema jetzt. Kannst du nicht über irgendwas anderes mal reden? Ja, da habe ich auch sehr, sehr oft schon solche Dinge erlebt, wo einfach das Umfeld sagt, ich kann dieses Thema schon nicht mehr hören. Das ist eine Möglichkeit, dass es einfach um das Thema geht, nicht jetzt mit deiner Dualseele, mit deinem Seelenpartner, mit deiner Zwillingsflamme, ja, dass du hier mit dieser Person eigentlich gar keine Auseinandersetzung hast, sondern vielleicht auch mit Freunden, die einfach sagen, jetzt nervt mich dieses Thema schon. Wann hackst du das endlich mal ab? Ja, dass das natürlich auch möglich ist. Aber es ist natürlich auch möglich, dass hier einfach, Zwillingsflamme ist jetzt einfach so der Überbegriff, ja, weil wir ja eine allgemeine Legung haben, kann es natürlich auch Seelenpartner sein, karmischer Partner, ja, dass es hier einfach um dieses Thema gehen wird oder tatsächlich um einen Konflikt mit eben dieser Person, deinem Seelenpartner, deiner Zwillingsflamme, ja. Also hier, wie gesagt, ist auch beides möglich oder eben hier auch gar nichts. Aber das ist hier zusätzlich noch die Botschaft der aufgestiegenen Meister. Es kann auch sein, dass du hier keine Konflikte haben wirst, sondern dass du hier nur die Botschaft eben bekommen sollst, dass du dich vielleicht im August mehr mit diesem Thema Zwillingsflamme, Dualseele, Seelenpartner beschäftigen wirst. Das ist natürlich auch möglich. Es kann ja sein, dass hier alles zu 100% auf dich zutrifft. Es kann aber auch sein, dass du nur diese Botschaft bekommen sollst, ja. Das ist ja das Interessante an so einem Monatsorakel zu schauen, was liegt in den Karten, was ist tatsächlich so passiert. Ist natürlich sehr interessant. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen August. Wie gesagt, bei den Konflikten vielleicht auch ein bisschen akzeptieren, die Meinung des anderen, Kompromisse schließen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Und dann scheint es einem wirklich so zu sein, dass dieser Streit, diese Auseinandersetzung aus der Welt geschaffen wird. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Endergebnis. Ich wünsche euch alles, alles Gute.